10.15 Wie werden wir in die Zukunft leben, wenn wir die Vergangenheit vergessen? Vierer werden. Mancher Kämpfer hat aus Schrad ein Schlachthaus gemacht. Das verloren gegangen ist, wir sind durch Innovation ausgleicht. Es schwingt eigentlich schneller. Braucht es so viel Ausdauer wie das andere? Ich kann damit vier Schläge machen. Ich kann damit auch vier Schläge machen oder fünf. Ja, dann bleibe ich bei der Keule. Eine kleine Menge an Skur... oh nein. Oh... Oh. Der Arme Jockel. Der wurde zum Stein zurückgeschickt. Oh, hey. Jetzt bin ich wieder hier. Oh. Es gab hier irgendwo noch was. Oh, wir haben schon 13.44 Uhr. Hier ist schon ein bisschen länger. Wie komme ich denn da hoch? Das ist doch eine Feder. Ich kann von da drüben nicht erhoben. Aber das ist nur ein bisschen mehr. Oh. Oh. Okay. Ich hebe mich da lieber nochmal. Missed. Hm. No. Wie soll denn diese Feder kommen? Power Up. Wenn ich hier schon quasi nicht leveln kann. Das würde sogar fast funktionieren. Am höchsten Punkt des Steins aus. Ah. Man. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ich bin da hochgekommen. Das ist bei maximale Ausdauer. Ich habe da echt einen Fehler bekommen. Gut, dann habe ich jetzt die Hülle hier abgeschlossen. Oh. Die zwei sind wieder zurück. Ich gucke hier. Oh, ein Jockel ist auch da. Oh. 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 wieder längere folge jetzt knapp eine stunde schon fast es ist eigentlich sind wir momentan bei 47 minuten aber fast eine stunde ja das sind diese besser organisierten banditen oder ganz schön der mensch ja gut er tauscht auch immer ständig seine items ständig nicht irgend so ein stein oder so ich höre halt ich höre hier irgendwas ich glaube ich dusche dann jetzt dann wenn ich hier fertig bin ich meine gute idee ich wollte eigentlich gar nicht tun weil ich frei habe aber irgendwie habe ich das bedürfnis dazu auch wieder eine zweihandrufe verziert mit rotem leder und skog federn kann der schnabe des vorges auf sich zuschlagen denkst du das leder war schon immer rot 56 57 67 meine ich schocker 25 40 ok hier oben ist licht 25 25 25 26 27 27 27 28 29 29 30 Oh hey, ich kann mit dir reden, du wandelst im Schatten, Objekte tauschen, Feigling Überrest, Du weißt, dass er putti Oh, fuck, ist es der Tod Ich hab mich verklickt, verdammt Ok, sag nicht, du ertrinkst gerade Doch Mist Lass ich auch hier wieder weckeln, der braucht ein bisschen Der wieder kommt Oh, Gott Oh, Gott Aber Oh, ein großer Holzstil. Wie mein Rucksack ist voll. Geist da nicht Ruhe oder was? Was ich benutzen kann? Oder... Ich würd's gerne meine... ...eine Sachen wirklich gerne behalten, wenn's möglich ist. Von da oben. ... 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